ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, ich bin Jan, ich bin Marcel. Machen wir hier am Ratsch der Kranke auf den Park weiter. Los geht's! Fangen wir durch an. 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 Ich habe den Deck gehört. Fangen wir durch an. Ah, wir können durch an. Aiiiih. Das Transferzentrum ist offen. Dahindurch kommen wir zu Ratchets und Kitts Zelle. Das ist ja noch chaotischer als auf Savant. Tut mir leid, dass ich dich zurückliegen wollte. Es war... kompliziert. Ich verstehe. Es herrschte großes Chaos. Nein, ähm... Ja, genau. Ach. 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 Das ist ja gut. Ach. Ach. Es hat uns da hinten nicht vermutet. Ich habe jetzt die Hände nicht vermutet. Ich habe bei dem Zellfall draufgekommen. Ich habe mich nicht gesehen, dass... Bebelts, sorry. Ich bin doch los. Blasica per Fuse, Kassi. Oh, du kannst mich nicht mehr aufstehen. Ah, Mist. Nächster Nächster und weiter Alter. 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 Alter! ные мик Otht Zac. exploitation. Forget freshman! Das war's für heute. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 4. 10. 5. 6. 6. 12. Oh, das war der Wouter in Merke. Gut. Auch der Hinge in der Wissen. Alter, das ist weg. Das ist aus. Ja Ja, kommt schon hier mit. Ja, weiß ich. Oh, hey, hallo? Oh, hey, was das? Ja, das ist doch nicht so gut, irgendwie. Ich bin aber schnell, weil ich dachte, dass ich diese Röpfung anrufe. Äh, peace! Die Lade. 3, 2, 8, no. Ah. Wie habt ihr... Ich kenn mich hier aus. Ist alles okay? Uns geht's gut. Wir wollten... Irgendwie fliegt. Keine Sorge. Wir holen euch hier raus. Oh, 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 oh. Oh, ich will das jetzt wieder reparieren. Einfach mal gut gemacht. Oh, das tut so raus. Oh, das geht gut rein. Oh, das geht gut rein. In Führer Stadium. Kit ist der Kampf-Bot, der meinen Arm abtrennt. Oh je. Ähm, ich... Ja. Jedenfalls, das ist los. Ich sollte das sicher mal selbst sagen, aber das haben wir halt... Auf dieser Seite halt noch gesehen. Okay. Okay. Vielleicht kannst du die Schlösser mit dem Hammer überbrücken. Wir brauchen das Verarbeitungszentrum überprüfen. Los! Das ist die Fälle! Ich behalte sie im Auge. Keine Sorge, Booth. Wir werden sie retten. Gut. Du kämpfst und ich suche einen Weg nach vorn. Also, es ist die Schlösser mit einem Schlösser. Aber das ist ein Wettnerflät. Doch, ich mache die Schlösser. Und da haben wir... Ja, das ist die Schlösser. Die Kontaminierung, dringend Empfohle. Und dann, das ist ein Wettnerflät. Na, was? Doch, ich mache die Flässer. Ich bin der Wettbewerb. Oh, das ist ja gut. 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 Ehm... Jets. Wir können nicht zulassen, dass wir tiefer ins Gefängnis gebracht werden. Werden wir nicht! Guck mal. Dann kann ich nichts machen. Okay, da ist noch... ...Hausrüstung oder etwas. Zeigts mir da. Ich wusste nicht, ob ihr es schafft. Bedank dich noch nicht. Wir müssen diese Zellen ausschalten. Das heißt auf ins Büro der Aufseherin. Hast du von der Störung in der Verarbeitung gehört? Es heißt, es war vielleicht... ...ein Lombards. Wie aufregend! Noch jemand für die Dissidenten-Sammlung des Imperators. Wenn der Imperator meint, ich gehöre hierhin, dann stimmt das. Hol uns hier raus! Ich weiss, wir haben Mist gebaut! Aber es tut uns nicht schlecht! Ah, da haben sie süßes Teil. Das ist Seafors Torso. Okay. Okay. No, wir werden dann da. Die Tür dahinten sollte zu einer Ladeplattform führen. Ich hätte liegen und sagen sollen, dass dein Lied toll war, dann schreit mich vor der Kruise. Oh, hier gibt's keinen Schrott! Wie soll ich dann hier dekorieren? Oh, das ist ein Ladezahn. Okay! Tiere! Oh, das ist ein guter Polz! Mord? Wie bist du? Oh, ich wurde so ein paar Tage. Ich wurde so ein paar Stunden. Okay. 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 Shake! Okay. Oh Das war's für heute. Ja, das war ein süßtürstiges Gegenstand. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, Lombax... ...Pretroid... Okay, das war's für heute. Okay. 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 Okay, das war's für heute. Okay, das war's für heute. Okay. 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 Ernst Duke schon fast da ja Ich bin da gleich so sie sein leuchtig Oh, bitte tut mir nicht! Ich befolge nur die Befehle des Imperators! Bleib mir nur aus dem Weg! Okay, ja. Das ist ganz schlecht. Aber das ist gut. Mehr Energie zum VIP-Bereichung. Ratchet ist in einer VIP-Zelle, oder? Ja. Es war doch von dir, nicht zu unterschätzt! Das ist aber echt gerückt. Oh, echt, nein. Haben wir doch noch ein paar zuhelf. Nein. Nein. Ah, Mensch! Äh, hallo! Verstärkungskapazität bei 56% und 2. Was? 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 Wir haben genug gesehen. Das war ich, Herr Sagen! Verstärkungskapazität bei 42%. Der Ausflügel ist in der Hand der Gefangenen. Aber nicht der VIP-Bereich! Da bist du noch rum. Da bist du noch rum. Okay. Okay. Ich schieße! Schick, ach so! Alle! Lokale Verstärkung nicht mehr fitbar! Knopf! Schluck! Schick! Schick! Du bist ja bekannt, oder? Du bist ja bekannt. Hier ist ja nicht ganz. Ach so. Du bist ja nicht ganz. Ich schieße! Schick! Oh! 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 Ey, verplüßt er nicht. Oh nice. Ok. Und schon, geht's dann. Ey, hallo? Ja, wir müssen nur zuerst hier raus. Das Gebäude ist versiegelt. Hier kommen wir raus. Vielleicht führt das Fenster irgendwo hin. Ah, hieb. Sie verlegen seine Zelle schon wieder? In den Hochsicherheitstrakt. Ich werde einen Zahnwind entwickeln. Ihre Zelle schneller einholen bevor sie verliehen. Der Gefängnis ist weggeschwärzend. Weiter ein Golfbob. Jetzt haben wir jetzt schon alle, Gobi. Glauben sie mal. Alle, unsere Rüstung haben wir auch alle. Die Spillanbob haben wir auch. Dann haben wir auch jetzt schon dahin. Der Altanion. Wir müssen holen. Wir müssen holen. Weissauchいます. D거를. Dürfen wir auch noch. Schraddich. Erge Böseht. Dürfen wir es jetzt. Ich habe es gescheitert, aber ich habe es gescheitert. Ich denke das nächste Jahr, ich hoffe es hat dir gefallen, type mir like, dass es dir gefallen hat, das Abonnenten, tschüss zusammen.